Hallo, heute möchte ich wieder Blitz lesen mit dir. Los geht's mit dem ersten Wort. Konntest du das so schnell schon sehen? Dann klopfst du dir gleich mal auf die Schulter. Toll, wir lesen gemeinsam. Ich. Das war ein sehr kurzes Wort. Das nächste Wort. Sehr schön. Weil. Gut gelesen. Das nächste Wort. Ja, genau. Braun. Sehr gut. Aufgepasst. Nächstes Wort. Konntest du es lesen? Au-ge. Sehr gut. Nun noch einmal ein kurzes. Schau aber ganz genau hin. Wir überprüfen. Bild. Sehr gut. Ein nächstes Wort. Konntest du es erkennen? Kind. Super. Aufgepasst. Wir lesen es gemeinsam. Dann. Dann. So. Jetzt haben wir ein Wort auch mit einer Aufpassstelle. Schau ganz genau hin. Läuft. Jawohl. Läuft. Läuft. Achtung, das ist ein Ä-U. Nicht, dass du es verwechselst mit einem E-U. Sehr gut. Auf geht's zum nächsten langen Wort. Konntest du das lesen? Wir überprüfen gemeinsam. Körper. Super. Das nächste Wort. Dein Lieblingswort bestimmt. Schule. Gut gelesen. Sehr gut. Aufgepasst. Nächstes Wort. War es zu schnell? Noch einmal. Ja, jetzt überprüfen wir gemeinsam. Mein er. Sehr gut gelesen. Ein kurzes. Jawohl, super. NIE. Ein langes I, wo man das E zum Schluss nicht spricht. Noch einmal. NIE. Ist das I lang, schreibe ich ein IE. Sehr gut. Und das letzte Wort für heute. Schau einen noch einmal ganz genau hin. Und wir lesen es gemeinsam. Dei. NER. Sehr, sehr gut. Und dafür bekommst du natürlich wieder einen schönen Smiley für heute. Super gemacht. Gott. Vertraue.